Guten Tag, mein Name ist Keller. Wohnt hier von der Anita Weidau. Tja, die wohnt hier. Ah, ist sie da? Was wollen Sie von ihr? Ja, sie ist nämlich nicht im Büro, ich habe gefragt. Sie geht nicht ins Büro. Ach, hat sie gekündigt? Wissen Sie, was diese Leute zahlen? Ich finde das ganz richtig, dass sie sagt, nein, ich mache das nicht mehr. Ganz richtig. Ich unterstütze das. Ich habe gesagt, bleib zu Hause. Ganz richtig, dass du zu Hause bleibst. Ganz richtig. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass letzten Endes alles nur Geldprobleme sind. Ich bin 69. Und wissen Sie, was mein Leben ist? Ein Geldproblem. Nichts weiter, nichts anderes. Das Leben ist ein Geldproblem.